Hallo, lieber Impfgegner. Und ich hoffe, es geht dir gut. Jetzt bist du der große Märtyrer, der große Hero. Du lässt dich nicht impfen. Vielleicht wirst du ja nicht krank. Aber zahlen wirst du. Es wird dich teuer zu stehen kommen. Du wirst halb kriminalisiert. Merkst du jetzt schon, wie du ausgegrenzt wirst? Irgendwann kannst du nicht mehr impfen. Und dann wirst du so saftig zur Kasse gebeten. Und die Krankenkassen werden dich bestrafen. Auch die Gebühren werden hoch und kommen ja nicht auf die Idee, dann trotzdem Corona einzufangen. Vielleicht zahlst du deine Behandlung dann selber. Du weißt ja, was ein Tag Intensivstation kostet. Fünf-Stelle-Hotel ist günstiger dagegen. Aber bleib hart, ey. Demonstrier. Bring deine Verschwörungstheorien, du Superhero. Du großer, großer Impfgegner. Bring deine Meinung ans Tageslicht, obwohl du in der Minderheit bist. Und alle dich eigentlich belächeln. Weißt du, du bist lächerlich. Die Impfung habe ich gemacht, damit man überall reinkommt. Ich habe das von Anfang an gesehen, wie das rauskommt. Und die Art und Weise für Impfgegner wird jetzt immer schwieriger. Und du kriminalisierst dich. Und deine Freunde werden immer weniger. Und sie werden dich meiden. Du wirst noch an mich denken. Und ich wünsche dir schöne Weihnachten. Und ich wünsche dir schöne Weihnachten.